Die Anfeindungen in der Öffentlichkeit waren schließlich einfach zu viel. US-Präsident Donald Trump hat das Handtuch geworfen. Rücktritt. Doch er wäre nicht Trump, hätte er seinen Rücktritt nicht für eine Attacke gegen seine Feinde genutzt. Er wurde das Opfer seines Erfolges, tönte er auf Twitter. Das Establishment neide ihm seinen Great Job. So warnt Trump sein Gesicht und seine Anhänger haben einen neuen Sündenbock. Nicht der erfolgreiche Businessman, sondern das System ist schuld an seinem vorzeitigen politischen Ende. Gegen den Willen des einfachen amerikanischen Volkes, das ihn gewählt hat. Es wird nicht lange dauern, bis Verschwörungstheorien in den sozialen Medien die Runde machen werden. Die Medien im eigenen Land, die Russen, die Chinesen, Merkel oder wer auch immer, alle haben ihre Finger im Spiel. Alle hatten ein Interesse an seinem Abgang. Nur weil er Amerika wieder Great machen wollte. Irgendwann jedoch war selbst seinen republikanischen Freunden klar, dass sein Abgang das kleinere Übel sein würde. You're fired, sagte er in seiner Talkshow The Apprentice zu den Bewerbern um eine Karriere in seinem Konzern. Das jedoch gilt nicht für Trump selbst. Dem Rauswurf kam The Donald mit seinem Rücktritt zuvor. So rückt der Vizepräsident ins Rampenlicht. Er sei stets just one heartbeat away from office, sagt man in den USA. Nur ein Herzschlag entfernt von der Macht. Wenn seinem Chef etwas zustößt, dann wird er automatisch Präsident. Das galt nach dem Attentat auf Kennedy und nach dem Rücktritt von Nixon. So ist es auch jetzt nach dem Abgang von Donald Trump. Gewinner ist vorerst die Tea-Party-Bewegung. Aus den Reihen der erzkonservativen Republikaner stammt Vizepräsident Mike Pence. Aber mit ihm können, bei allen sachlichen Differenzen, auch die gemäßigten Republikaner eher als mit dem Exzentriker. Wird es den Demokraten gelingen, jetzt Boden gut zu machen? Ihnen ist jedenfalls über Nacht ihr Feindbild abhandengekommen. Sie werden hart daran arbeiten, die Erinnerung an Trump wachzuhalten. Die Republikaner ließen ihn an die Macht. Sie haben der Nation geschadet, werden sie sagen. Ob das Kapitel Trump einmal eine Episode oder eine Legende in der amerikanischen Geschichte sein wird, das bleibt abzuwarten. Seine Gegner und seine Republikaner alle atmen jetzt erst einmal auf. Schlimmer kann es nun nicht mehr werden. Aber damit wird nicht automatisch alles besser. Der neue Mann im Weißen Haus wird viel zerschmettertes politisches Porzellan kitten müssen. Und im nächsten Jahr wird ein Teil des Kongresses neu gewählt. Mal sehen, wie der Wille des einfachen amerikanischen Volkes dann entscheidet. Ich bin René Schöllbach, freier Journalist und PR-Experte. Ich bin René Schöllbach, freier Journalist und PR-Experte.